Weihnachtsgeschenk Ein Weihnachtsgeschenk brauchst. Was kaufst denn bloß ein? Ich weiß schon was, ganz billig sein. Das kannst du nicht kaufen und rennst noch so weit. Dafür macht es an jedem eine besondere Freude. Für den Vater ein Dankeschön war gar nicht verkehrt, dafür, dass er fleißig die Familie ernährt. Ein Lob für die Mutter, weil sie ganz ohne Geld bloß schuft, dass euch gut geht und niemand was fehlt. Für die Kinder, wenn sie geht, ein wenig mehr Zeit. Ein bisschen Verständnis für ältere Leute. Für andere öfters ein freundlicher Red, ein Gruß, ein Lächeln. Naja, so schwer ist das nicht. Denn alles kostet kein Pfennig. Eine Freude macht's bestimmt. Drum schenkt es nicht nur dann her, wenn's Christkindl kommt. Das ist nicht nur dann her, wenn's Christkindl kommt.